ich würde auch gerne mal wieder theater spielen also das würde ich mit sicherheit wenn es passt oder das oder das stück mir gefallen würde würde ich sofort machen ja ich bin heute haben wir ja heute machen es ja nicht nur diesen brief werden wir gleich übergeben müssen wir ja also es geht ja das stück nicht weiter sehr auch lustig wenn wir einfach hier bleiben läuft das stück eigentlich schon läuft das stück schon kann man mal reingucken ins stück läuft läuft das stück schon da fühlt sich der saal wir kommen auch relativ am anfang wir kommen relativ am anfang und bringen den brief an die den beef an die räuberbande aber ganz unvorbereitet gehen wir nicht auf die bühne wir haben ja heute morgen schon geprobt wir hatten ja eine probe heute morgen eine bühnenbegehung und es war eigentlich abgesprochen dass du nur den brief bringt und einen satz hast genau ich habe mich dann ein bisschen in den vordergrund spielen wollen und habe jetzt ein bisschen mehr text bekommen weil ich aber auch wollte in dem moment genau das ist ja auch gut das was unsere probe heute morgen dein bruder wird da sitzen das soll geil mein bruder wird stolz sein gib mal hier nimm mal hast du schon mal ein ding in der hand gehabt ne wenn man von den brettern die die welt bedeuten spricht dann ist das theater und nicht die bühne die wir bei seite eins haben das stimmt okay ich bin kein einsteigen beim schuss ein schuss okay gut eben auch ich habe meine plane schon zusammen gedacht zusammen gemacht zusammen gemacht zum henker passt mit dem schwert auf ich fand mich sehr gut hast du gemerkt olli ein bisschen mehr text als du ne unsere namen dann noch auf der website oder auf dem plakat zu sehen sein oder gerne noch mal von anfang kommt man ein bisschen wie als räuber auf die bühne nicht irgendwie schlappschönen zu öffnen mehr räuber also ein bisschen körperspannung okay okay ist es wichtig dass man innere haltung zu der figur hat also ist das wichtig also ich möchte glaube ich so ein bisschen ja weiß nicht ob es so unerwiderte liebe möchte ich bei mir noch rein spielen aber nicht zwischen uns sinnbildlich dann okay also getroffen und wenn das nicht geht ein atheist wir können die vier evangelisten aufs maul schlagen ließen unser buch durch den schinder verbrennen und so ging es reißend ab der brief der brief bitteschön und alles gute ja wir machen doch eine dann schreibst du hier zum henker okay großen pathos okay sehr gut ja schrei ihn ruhig an ja und du erschreckst okay ja aber du musst schon ein bisschen ernsthaft da ja wir sind bei schiller ist wir sind jetzt nicht okay ich könnte mich auch ausziehen dabei also alles was wir können die vier evangelisten aufs maul schlagen was mit diesem ding ließen unser buch durch den schinder verbrennen und so ging es reißend ab hier der brief ich habe das jetzt mal quer gelesen das ist schon ein bisschen anders als so der klassische schiller das kannst du sein lassen mit dem reklam text wir haben die neue strichfassung erstellt ja die haben wir dir jetzt gegeben ja wir haben das jetzt alles so geprobt und das war schon ganz gut und jetzt musst du halt aber wirklich den text dann text 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 weil wenn du heute amt den text nicht hast dann gibt es richtig stress ja kann mir doch so ein zettel hier vorne rand leben ich mach den einfach hier dran und dann kann er immer so gucken dann ist das teils seines autos aus dem machine da gar nicht das könnt ihr bei z1 machen aber nicht im theater komm wir umarmen uns alle mal das ist so schön hat man nur gesagt so läuft es im theater so mann ja gute schau heute denk an den schrei was zum hänker ne genau mein heute abend wird es ernst ne das ist natürlich jetzt schön und gut und spielerei und sendung ist eine sache aber aber allerdings noch was ganz anderes hast du noch irgendwelche letzten tipps ja spiel dich frei ja und wenn der text nicht so kommt denkt dran ich kann eigentlich das komplette buch aus wenn ich ja kann ja nichts passieren ich habe mich da ein bisschen in vordergrund gespielt ich hatte das ist der brief du übergeben das ist deine ich schraube mir jetzt noch ein bisschen friedrich schiller in die birne und dann sehen wir uns gleich bei die räuber live im schauspielhaus in köln